Jo, da sind wir wieder nach der kurzen Aufnahme-Pause. Jo, weiter geht's. Und... Ich würde mal sagen, der Hof, oder? Ich bin leicht ver... Ich bin leicht verwirrt. Die Pilger-Straße. Was, du hast ja eine Energie-Sphäre erhalten. Sie wird vorgestellt. Wenn du schießt, du spielst hinter sich. Okay. Worm. Es war auch schwer zu steuern, dass... Die sind gut gewesen. Ich finde, ich finde bis jetzt das ganze Kampf-System ziemlich für den Popo. Ja. Ich konnte irgendwie keine Kombos machen, ne? Ja, richtig. Bis jetzt ist das Kampf-System wirklich ziemlich arsch. Vielleicht bin ich doch noch nicht so stark vor Pech verfolgt, wie ich dachte. Hm. Frag mal nach Pech, warum? Warum denkt ihr, dass ihr Pech habt? Hör mal nach Pech. Wissen von der Tatsache, dass das Schicksal immer wieder meine Pläne durchkreuzt, meint ihr? Ich war dabei, ein paar Waren aus Stonebridge zu verletzen. Immer ein bisschen Nordern, sonst stehen ja da nichts. Boah, wir sind so ein Bord, Junge. Ein ganzer Haufen von denen hat mich auf der Straße überfallen und mir meinen Karren gestohlen wurden. Und wermeln wollen wir helfen? Behelfen doch. Ich habe selbst noch eine Rechnung mit diesen selten Wörfen. Ich bringe euch euren Kader zurück. Ihr habt mich wohl gerade von dem Schuldnergefängnis privat bewahrt. Ich werde euch diese Freundlichkeit zurückzahlen. Nö mal, natürlich entlohnst du es dafür. Ich bin meine Vater verrückt und ich belohne euch. Natürlich bekommt ihr auch Rabatt auf alles, was ihr kaufen möchtet. Natürlich bekommt ihr. Wir helfen dir doch auch. Ja. Oh, was haben wir da? Das ist für mich. Das hast du weggenommen. Okay. Nein. Nein, dann verlieh ich dich doch. Du wieder direkt am Rumweinen bist. Hm. Ich behalte das Angriffsschesse, will ich. Ich weiß nicht, wofür ihr seid hier gut ist am Anfang. Das Kampfsystem ist wirklich auf totalen Wettbewerb. Alarmarschig. Ich bin mal lahmarschig. Naja. Ich habe einen kritischen Treffer wenigstens gemacht. Ich habe mir auch mehr davon erhofft. Aber erstmal weiter gucken, was da noch so kommt. Das ist schon eine Pussy-Bank zuhauen. Da habe ich nicht wirklich viel drauf. Da habe ich wirklich viel drauf. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Komischerweise war mal die FPS wieder besser. Ich habe kein Problem mit. Ja. 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 Ich habe auch keine Ahnung, wie wir mit dem interagieren. Och nein. Ja. was suchen wollen wir das erst mal ja nur das andere haben wir schon fertig und mit dem was nach rasenbach reisen bevor wir die da trotzdem strange ich wollte damit die sachen mal verkaufen die wir in der tasche haben teils strange also nicht mit uns reden gibt ausgemacht so dass sie untergefallen die haben da von irgendwelchen bücheln hängen das teleportieren viel langsamer ist voll weg ja weil du es einfach auch nicht verliebt woher liegt die dorsten blabber und durch mit schon wieder bekommen durchsichtige alle leuten alle leuten war nur gelber Hier waren wir ja schon, stimmt, ne? Die anderen sind doch gerade wegen den Typen hier gelaufen. Die liegen hier so lustige Sachen rum. Es gibt irgendwie keine Heim-Potions, sondern nur diese komischen Kugeln. Ja. Was brauchst du denn mal? Was machst du denn? Geld aufheben. Gut, also ich mein, jetzt kommt zwar... ...Gegner, aber... ...mal öfter ein bisschen Action hier, aber... Naja, noch kommt das Spiel nicht aus dem Arsch. Ne, das ist richtig. Egal, wir müssen dem Spiel wahrscheinlich auch Zeit geben. Oh, zurück. Ja. Ja. Oh, hier lag irgendwas. Wo ist es denn? Da lag du nicht auch noch was. Ja, was warte immer. Cool. Für mich? Vielleicht war alle wieder einsteckst. Ich hoffe, wie es da für mich ist. Na klar. Hast du dir vor. Du hältst aber auch hart langsam, ne? Ist ja voll cool. Ja, bist voll, oder? Naja, immer noch nicht egal. Wo ist denn das hier? Hier, ja. Ja, trotzdem. Wir sollen mal gucken, was hier ist vielleicht. Hier liegt irgendwas. Dann kann man nicht weitergehen. Ja. Ich bin gerade auch total... ...frustriert von meinem Typ hier. Nimm es doch. Hä? Hast du doch schon einkassiert. Ach so. Wozu machst du das nochmal? Wenn du lesen kannst, hast du zweimal das gleiche. Ne. Standhaft und rachsichtig. Aber die sind halt mehr nur mit Blocken. Ja, Wayne. Ja, bis bis jetzt ist es noch ziemlich... Mh. Mh. Dillable. Da hört man vielleicht auch an unserer Laune gerade. Also... Was ist nicht hier los, ey? Nur Sachen für dich überhaupt weg ist es. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt gerade ein bisschen demotiviert sind, wir müssen gerade erstmal... Wir müssen dort erstmal ein bisschen reinkommen, weil bis jetzt ist das irgendwie... Naja, ist das noch nicht so der... Oberhammer? Nein, noch nicht wirklich. Warte mal. Da ist irgendwas, oder? So flackert nur alles so behindert durch die Bäume. Ihr seid ein Legionär, nicht wahr? Hierher zu kommen war eine schlechte Idee. Warum sagt ihr das? Gibt es irgendwelche Probleme hier? Die Kinder sind ... Ich sage dir... Das ist... Ich sage, was... Ich sage, was...